einen wunderschönen guten tag genießen sie mit mir den sonnenuntergang und den wunderschönen fluss denn so schön wie es jetzt hier im menü aussieht wird es bei diesem spiel nicht mehr sein denke ich mal denn wir spielen the walking dead season 2 das habe ich mir ja schon seit 20 jahren gefühlt vorgenommen ja im bauch meiner mutter und deswegen kann das jetzt endlich mal auftauchen es wird mal zeit tatsächlich kleiner disclaimer am anfang es wird ähnlich wie bei season 1 dass ich mich was die kommentare angeht zurück halte weil das spiel ja doch vor allem durch die story die charaktere und die atmosphäre punktet und wenn ich zu viel scheiße erzähl nebenbei und zu viel dumme kommentare reinhau dann mache ich das alles zunichte und das will ich nicht das soll ja eine schöne erfahrung sein ja ob es schön wird werden wir sehen bei der thematik gut dann springen wir mal direkt rein ich hab leider kein save file also episode one all that remains ja das ist jetzt auch doof da ich season 1 deinstelliert habe findet ihr nichts mehr auch verdammt ich habe gedacht das wird irgendwie egal ja randomly generated for you ok dann schauen wir mal wer jetzt da ist also ich meine ich kenne ja meine meine auswahl noch ungefähr wer am ende der season 1 scheinbar noch am leben war und wer nicht deswegen mal gucken wenn ich irgendwas merkt was ich mir sicher bin das kann nicht sein dann werde ich das auch erwähnen aber wir können es ja nicht mehr ändern ich glaube ich hätte es einfach drauf lassen sollen egal los geht's ich bin clementine ich bin clementine ich bin all by yourself through this ich weiß wer du bist und ich weiß du bist du bist es ist wie die Welt funktioniert jetzt Lee sind die schlechte Menschen sterben ich hoffe du wissen was du mit ihr mit ihr ich habe es molly sagt crawford ist die only place left in savannah das still has people das means it must be where my mom and dad are ok you can come but you have to promise to stay quiet clementine 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 ich weiß ich weiß wie ein Vater sie wird nicht exposed zu was sie hat mit dir die le ich habe meine Eltern I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. Lee, no. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Come on, Krista. What's wrong with Omid? We're not calling our baby Omid. One of you is enough. Clementine, a little help here? Omid the second. No. Omid junior. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. So name her Genevieve. I don't care. How can you not care? You're not taking this seriously. I take everything seriously. Especially little Omid's future. Keep talking, and you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Vegas weekend. Why don't you, uh, get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. We'll be right next door. Okay. Hello? Okay. Da sind wir jetzt hier. Fast, ah, oh, der Spiegel. Fast allein. Omid und Krista sind dabei. Ja, bei denen weiß ich zumindest, die sind, die, die haben's überlebt. Bei mir. Nur Lee nicht. Naja. Oh, das sieht geil aus. Was ist das? Gut, no one's here. Guess it's safe to get cleaned up. Was ist das? Please, have water. Figures. Das ist besser. Oh, shoot. Oh, shoot. You... Das gefällt mir nicht. Ich sehe dich. Geh weg. Du bist nicht mit mir. Wer bist du? Du bist nicht mit mir. Du kannst mich nicht? Nur wenn du bist dumm. Geh weg hier. Hast du irgendwas auf dich? Komm schon, lass uns sehen. Nein. Das ist alles, was ich habe. Das ist es? Wie hast du es so lange gemacht? Ich bin ernsthaft. Was hast du noch? Das ist es. Keine Wurden mich. Ich werde dich schrauben. Gib mir was du hast. Ich werde dich nicht schrauben. Komm schon. Bitte, stop. Gib mir die Hände. Nein. Wo hast du ihn? Nein. Ich habe dich eine Frage gestellt. Mein Vater hat es mir gegeben. Es hat mir gegeben. Es hat mir gegeben. Es hat mir gegeben. Das ist nichts mehr zu tun. Warum hast du nichts gut gemacht? Nicht wie die letzten Menschen. Sie hatten alle viel guten Dinge. Das war ein guter Foto. Das war ein guter Foto. Du hast nichts gut gemacht. Du bist nur ein kleiner Fisch. Du schützt, kleiner Fisch? Das ist dein Vater? Was ist das? Was ist ein Bozo? Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Helmh. Oh Gott. Helmh. 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 Es fängt ja schon gut an. Krista, sprich mit mir. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. This might burn. Thank you. You can lie to us. Who do you think you're foolish? Give us the truth and you don't get hurt. Where's the rest of your crew? I'm by myself. Bullshit. She's lying. Cut the shit, lady. It's... it's just me. Come on, guys. What the fuck? Get the fuck over here. Now! Fucker. Come out here, girl. I'm not fucking around. Shit! Get the fuck over here! God damn it! Fuck! Whoa! Jesus, are you fucking kidding me? Leave me alone! Stop fucking running! Quit storming! Let go, you little bitch! Jesus Christ! Come out of there! Oh, fuck! Oh, fuck! Jesus, are you fucking kidding me? Come on! Kid, you are on my last fucking nerve! Stop fucking kicking! I'm great! I know he... No! Shit! 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 Shit. Shit! 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 Ah! Und das war knapp. Hallo? Hallo? Krista, bist du da? Krista, bist du? Krista, bist du? Krista, bist du? Krista, bist du? Untertitelung des ZDF, 2020